Okay, da bin ich mal wieder mit Pick Brick. Ähm, ja, eigentlich wollte ich mir schon die normale Brickhahn holen, damit ich mir diese Schrottdinge habe, aber naja. Ah ja, und es muss natürlich auch gleich schon losgehen. Habt ihr es gehört? Der Countdown läuft. Und ich habe in den Kommentaren gesehen, also ich sollte Bären bauen, da habe ich leider nicht wirklich gewusst, was das heißen soll. Äh, ja, Brick, ich würde ja sagen, dass das ein bisschen, das ist echt ein Beiner. Ist die Beine, ja, ne, ja. Ähm, ja, deswegen habe ich jetzt einfach mal einen Bär gebaut. Das werde ich richtig hoch in den Kommentaren. Von, ist deiner? Äh, ja. Ähm, na, scheiße, unbedingt Zeit. Hier, das Video, das ist vielleicht nicht schlecht. Ach, die Reifen als Augen, genau. Reifen als Augen. Ich habe es nicht auf das Klinge an. Reifen als Augen. Dann probiere ich es einfach mal. Naja, es braucht noch etwas ganz verschontes. Farbfix? Nein. Dekobricks? Nein. 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 Das geht ja auch nicht. Das geht irgendwie nicht. So. So, das ist eigentlich hier hin. Aha, diese Kisten, die sind doch auch nicht schlecht eigentlich. Ja, ne, die größte. Mann, wie bin ich eigentlich heute drauf? Ich finde die das Richtige. Wo ist da eine Kiste mit Deckel? Ich mache mal einen schönen braunen Beer, wie es sich gehört. Äh, naja. Also, wie es nun bei solchen Beeren passt. Also, erst mal mit Alpha 6 baue ich immer hier die schönen Rücken hin. Hoffentlich schön. Ein Beauty Beer. So. Wo ist das hier? So. So. Ähm, ja. Achso, deswegen. Falsche Tasten. Ich habe mich schon gewundert, wieso ich nicht mehr laufen kann. Okay. Ich würde mich... Ach, ich dachte schon jetzt. Ich sterbe irgendwie. In diesem Fall. Jetzt nicht. Aber ich glaube, hier kann man sich von runterfallen gar nicht mehr tun. Oh. Mal gucken, ob das hier stimmt. Äh, ja. Hier ist ein bisschen groß der Beer. Aber wie interessiert es? Hallo groß der Beer. Äh, 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 äh. Na wohl. Eigentlich passt die Größe für den Bären, finde ich. Oh. Ich war eigentlich echt interessiert, damit ich auch sieht wie ein Roboter. Eine viel bessere Idee. So. Und wieder das beste Prinzip, das es gibt. So. Ähm. Ich meine, äh... Ähm. Ich weiß nicht, was ich bauen wollte. Ah ja, genau. Ein Beifer, das war eine gute Idee. Was brauchen wir hier noch ein bisschen fett an den Beer? Wissen wir euch hier noch ein bisschen fett an den Beer? Was brauchen wir hier noch? Wissen wir euch hier nicht? Ja, ganz. So war es mir eben alles so kompliziert. So, ach, ich hab schon so schnell den Schiedbaum fallen. Und jetzt, ach, scheiße. Hm, ich dachte schon, dass ich mir jetzt weh tue. So, äh, hey, ich weiß nicht, was wir hier. Ach so, deswegen. Hier ist noch einer, der nicht hingehört. Eine Reihe, die da nicht hingehört. Der hier gehörte so auch nicht hin. Und der hier da gehörte so auch nicht hin. Also, das ist schon mal ein Anfang für den Bär. Naja, geht so. So wirklich ein Anfang für den Bär ist wahrscheinlich nicht immer egal. Scheiße, was? Ich fand immer wieder verrückt, wie schnell drei Minuten vorbei sind. Wartet. Ab jetzt dauern diese Let's Plays immer fünf Minuten. So. Jetzt hat man gar keine Chance, irgendwas zu kaufen. Also, los geht's. Zwei weitere Minuten an mir dran gangen. Also, ich kann mal ne kleine Stückchen länger, aber... Ja. Also, gut. Jetzt mal lieber Bäm. Äh, Bär. Äh, was auch immer. Auf jeden Fall. Sei richtig, äh, bereit. Äh, ja, richtig bereit. Äh, ja, richtig bereit. Und so weiter. Seid mir mal dabei. Wenn ich und so weiter sage, dass es nicht immer alles richtig ist. Wenn ich komme nicht mehr durcheinander. Wenn ich komme nicht mehr durcheinander. Nein. Na ja. Na ja. So. So. Jetzt können wir einen Kippen bauen. Und... Das war's dann noch nicht, würde ich sagen. Also, noch hier was hin. Ich hab keine Ahnung, wie rüssig der Bär jetzt eigentlich schon ist. Der Bär jetzt eigentlich schon ist. Der Bär muss nicht sein. Der Bär muss nicht sein. Ich kann mir einfach nicht alles vorstellen. Der Bär muss nicht sein. Ah! Scheiße. Scheiße. Mein einziger Blick. Nein. Was? Ich bin hier zu entwicklen. Was ist denn jetzt? Was ist denn jetzt? Ähm. Ich würde sagen, noch ein kleines Stückchen höher wäre keine schlechte Idee. Ich glaube, ehrlich gesagt, dass es mal wieder unvollendet wird. Nein, bloß nicht. Wenn ich die hier dahin baue, dann... Äh, ja. Hab ich da weiter. Und die hier darf man eben permanent bauen. Sehr nett von denen. So muss man sich wirklich jetzt kaufen. Und so viel anderes. Liebe BrickForce. Liebes BrickForce Team. Entfernung. Und so weiter. Ja. Und jetzt baue ich mal hiermit weiter. Noch, sagen wir mal, drei rein. Und ich hoffe mal, dass es dann ein bisschen fertig ist und ich dann, äh, den Kopf bauen kann. Jetzt muss ich nochmal... Nein! Nicht nach unten! Wartet! Oh. Jetzt fällt mir mal das Beste ein, was ich machen kann eigentlich. Nämlich, ich baue hier jetzt einfach mal Treppen hoch. Scheiße. Ich hab keine Treppen ausgerüstet. Mann, Mann. Hä? Das sind gar keine... Hä? Was ist denn hier los? Ach, Standard-Wix. Hä? Nee, Standard-Wix. Oh, nicht Deko-Wix. Oh, nicht Deko-Wix. Oh, nicht Deko-Wix. Oh, nicht Deko-Wix. Warte, was sind diese Treppen? Treppe! Ach so, oben. Ne. Hä? Ich finde die Treppen einfach nicht. Na gut. Es könnte sein, dass ihr es gerade gehört habt. Also, ich würde mal sagen, dann heißt es noch saven. Und... Bye to next play adventure. Und schreibt mir in die Kommentare, was ich als nächstes bauen soll. Nicht zu vergessen. Also, bye to next play adventure. Bye. Bye.